Sie griecht, vergriecht sich, griecht mit ihrem Muskelfuß weiter und zeichnet in geschichtliche Landschaft über Urkunden und Grenzen zwischen Baustellen und Ruinen durch zugige Leergebäude abseits schöngelegener Theorien seitlich Rückzügen und vorbei an versandeten Revolutionen ihre rasch trocknende Gleitspur. Die Schnecke, das ist der Fortschritt. Und was ist der Fortschritt? Bisschen schneller sein als die Schnecke. Das war ein Zitat von Günter Grass aus dem Tagebuch einer Schnecke und ich freue mich, dass Sie alle hier erschienen sind. Ich möchte jetzt nur drei Leute begrüßen Susanne Fiedler als Leiterin unseres Personalrats, die Vertreterin von allen Kolleginnen und Kollegen. Horst Fischer als Vertreter einer bürgerschaftlichen Initiative, die unter härtesten Bedingungen ihren Mut entwickelt hat, in der Friedlichen Revolution die Arbeitsgruppe Stadtgestaltung zu gründen. Und davon ausgehend ist der Altstadtverein quasi Geschichtsverein entstanden. Ganz toll, ganz prima. Und nochmal Melanie Peter würde ich auch nochmal begrüßen, weil wir haben die Zusammenarbeit jetzt intensiviert. Sie ist Leiterin der Kreisvolkshochschule und wir haben auch Andreas Gröner, den ich natürlich schon 15 Mal begrüßt und mich bedankt habe für die Organisation dieses Treffens. Wir haben die Zusammenarbeit hergestellt und Hochschule, Volkshochschule, Universität, ich glaube, wir sollten alle zusammenhalten. Unser Lehrgebäude ist hier zwar überhaupt nicht zugig, aber lassen Sie uns gemeinsam nachdenken, was wir in 20 Jahren Kulturgeschichte in Merseburg angerichtet haben. Gibt es langsame Fortschritte? Betrachten wir zunächst die Wissenschaft. In den Geistes- und Sozialwissenschaften hat sich eine Wende ereignet, kulturelle Wenden, Culture Turns. Das Interesse an Kultur zeigt sich an drei Punkten. Zunächst an der Alltagsorientierung. Hier haben wir es mit dem Abschied von der Geschichte großer Männer zu tun, aber auch mit dem Abschied von dem Blick nur auf ökonomische Großprozesse, auch um versandete und gescheiterte Revolutionen verstehen zu können. Ich habe selbst versucht, dazu beizutragen. Schon früh habe ich damit angefangen, mit dem Buch Habermus und Zuckenwürze, bereits lange bevor ich an der Hochschule war. Dieses Buch schlug ein, wurde begeistert besprochen von dem damaligen deutschen Kulturpapst oder dem Kultur für alle Papst, Hermann Glaser in einer ganzzeitigen Rezension in der Zeit. Allein die wissenschaftlichen Bibliothekare hatten ihre Probleme damit. Die Anschaffung von Kochbüchern ist leider untersagt, bekamen manche Kollegen von mitteleuropäischen Universitäten zu hören. Manche Bibliothekare waren sehr gewitzt. Sie tauften das Buch, wie es mir auch gerade im wissenschaftlichen Vortrag unterlaufen ist, in Habermas und Zuckenwürze um und hatten so keine Schwierigkeiten mehr. Ich habe das dann fortgesetzt. Vom Alltag zum Essen ist es nicht weit. Wir gingen in Publikationen und vielen Lehrveranstaltungen auf diesen Culture Turn ein. Ich möchte jetzt nicht die vielen öffentlichen Seminare erwähnen, die wir mit dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle durchgeführt haben oder mit dem Reddessen Hotelrestaurant in Merseburg. Lassen Sie mich nur auf ein Seminar in Weimar hinweisen, in dem wir Goethen eine Karotte in die Hand gedrückt haben. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die konkrete Handlungsorientierung. Deswegen war mein Platz hier an der Fachhochschule goldrichtig, eine wissenschaftliche Erkenntnis wirksam machen, anwendungsorientiert zu arbeiten. Wir fingen damit auch schon früh an. Angeregt vom britischen Beispiel der History Workshops und von der schwedischen Grabe wo du stehst Bewegung gründeten wir in den 90er Jahren die Geschichtswerkstatt e.V. Mein Briefkasten voll über, als ich ehrenamtlich diesen Prozess koordinierte. Frauenhistorikerinnen, Umwelthistorikerinnen, lokale Initiativen zur Holocaustforschung, schwul-lesbische Historiker, kritische Kirchenhistoriker, natürlich Alltagshistoriker, alle wollten sich gemeinsam einen Platz in der Wissenschaft erkämpfen. Was sehr vielen Kolleginnen, Frauenhistorikerinnen, Umwelthistorikerinnen, kritische Kirchenhistorikerinnen und so weiter ist es gelungen. Ich selber habe im Badischen Landesmuseum die Landesausstellung 1848-49 vorbereitet, die Revolution der deutschen Demokratien Demokraten in Baden, die sich insbesondere durch regelmäßiges, insofern ist es für die Frau Peter auch viele andere sehr interessant, durch erstmaliges, regelmäßiges Museumstheaterangebot in der Ausstellung auszeichnete. Dreimal im Tag wurde an jedem Tag, wurde in der Ausstellung Theater gespielt, Hecker schoss in die Luft und es hat einigen traditionellen Museumsbesuchern nicht so gefallen, dass da plötzlich Schüsse im Museum fallen, aber es war also wirklich sehr, sehr schön und die Taxifahrer wussten schon, jetzt die zweite Vorstellung ist um 13 Uhr, müssen sie sich beeilen, dass sie da genauso hinkommen. Ein, nochmal zu den Kriterien, ein weiteres wichtiges Kriterium ist die, eine weitere wichtige Konsequenz ist die Interdisziplinarität. Keine Einzelwissenschaft kann anwendungsorientierte Antworten finden auf Fragen, die Culture Turns stellen. Vielleicht nicht ganz zufällig, arbeitete ich hier mit den Kollegen von der Verfahrenstechnik sehr eng zusammen, die Spitzensstudiengänge in unserer Hochschule hervorbringen. Meine Gastprofessur in Paris brachte eine Hinwendung zu Weltausstellungen, die mein Kollege Thomas Martin sofort aufnahm. Also wir brachten ein Buch heraus, genau. Und mit Thomas Martin machte ich auch gemeinsam Menschen machen Leuna. Ich freue mich, dass auch Martin Halliger da ist, der uns da kräftig unterstützt hat. Wobei wir auch von der Zusammenarbeit mit Designern von der Hochschule profitierten, in diesem Fall von Christian Ausburg. Wir entwickelten mit Studierenden eine Tafel, die vorne an der Gäuserer Straße steht, weil warum Bausoldaten notwendiger Dank ihr ungeheuer brutaler Dienst als Bausoldaten, war eine Vorschule für die Friedliche Revolution, wie der ehemalige Bausoldat und ehemalige Kultusminister Stefan Dörgerloh vor kurzem sagt, hier bei der Enthüllung der Gedenktafel mit Rektor Kirps. Übrigens haben wir nicht nur für die Bausoldaten die erste Straße in Deutschland entwickelt, auch für Rudolf Barrow. Rudolf Barrow war ein echter Kommunist, den Merseburg promovieren wollte und dann in die Fänge der Stasi gerät. Für wahre, echte Kommunisten ein typisches Schicksal in der ehemaligen DDR. Hier ein Bild von einem Vorkolloquium, was wir veranstaltet hatten. Eine weitere Konsequenz des Cultural Turn, was in der Pfanne brutzelt und auf den Teller kommt, hat nicht nur kulturelle und historische Bedeutung. Ohne chemische und physikalische Kenntnisse lässt sich das überhaupt nicht begreifen. Ich habe deshalb gemeinsam mit meinem Kollegen Valentin Cepus diese Seminarreihe entwickelt und durchgeführt. Es ging also um die kulturelle und chemische Dimension der Leibspeisen, um Schokolade, um Milch, um Käse, um Fleisch, um Kräuter, Brot, Bier und Wein und andere Köstlichkeiten. Ivette Wilkowski hat mir diese Folie nochmal zur Verfügung gestellt. Sie war dabei in der Gruppe, die auch für die ganze Hochschule das organisiert hat, eine Revue organisiert hat. Nur fünf Kilometer westlich von der Hochschule liegt der wunderbare Geiseltalsee, das größte künstliche Gewässer in Deutschland. Vor 20 Jahren war dies noch ein Tagebaurestloch. Dieser Wandel zu studieren, ist eine schöne Aufgabe für Sozialwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler. Das Fundament legen jedoch auch hier die Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieure. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, gemeinsam mit der Kollegin Hilke Würdemann vom Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaft diese Fragestellung ein anzugehen und gemeinsam mit Studierenden ein Bildungsfest in Braunsbethra durchzuführen. Gemeinsam mit Philipp Schüller geben Hilke Würdemann und ich das erste wissenschaftliche Buch insgesamt zum Geiseltalsee heraus. Wir stellen das Buch am 24. September im Rathaus Braunsbethra vor. Ich darf Sie jetzt schon herzlich dazu einladen. Ich freue mich, dass ein Student der KMP, der Kultur- und Medienpädagogen, jetzt den Gedanken für die Erhaltung dieses Geschenks aufgenommen hat und viel konsequenter weiterführt. Konrad Steglum hat sich gegen die Motorboote auf dem Geiseltalsee gewandt und eine Internetinitiative und so weiter gestartet. Es ist wirklich merkwürdig, über das Ende des benzingetriebenen Otto-Motors auf den Straßen in absehbarer Zeit wird diskutiert. Dafür sollen alle benzinbetriebenen Otto-Motore auf dem Geiseltalsee ein Paradies vorfinden, zulasten der Schwimmer und Familien, zulasten der Paddler und kleinen Segelboote und nicht zuletzt zulasten der Natur. Wirklich merkwürdig, wie meine Generation mit diesem wunderbaren See und dem geschenkten Natur umgeht. Ich möchte die ältere Generation, also uns, aber in Schutz nehmen. Die Merseburger Kulturgespräche nehmen alle drei Anregungen des Cultural Turns auf, Orientierung am städtischen Alltag, Orientierung auf Handlungen und Interdisziplinarität. Ich kann aber über die Kulturgespräche nicht reden, ohne über Michael George, den ich hier herzlich begrüße, zu sprechen. Gemeinsam mit ihm organisierte ich die ersten neun Merseburger Kulturgespräche. Hier das erste, noch sehr provisorische Plakat. Lassen Sie mich an drei Beispielen die Ergebnisse unseres gemeinsamen Cultural Turns illustrieren. Zunächst das Kino. Der Merseburger Ratskeller unterstand beim ersten Merseburger Kulturgespräch 2002 einem deutschen Pächter. Das Mittagessen war wie immer schlecht, auch an diesem Januar-Samstag 2002. Der damalige Dekan des Fachbereichs Soziale Arbeit, Medien und Kultur Wolfgang Berg und ich saßen mit Gerhard Bernhardt zusammen, Vorsitzender der lokalen Agenda 21 in Merseburg. Wolfgang Berg hatte zuvor im Kulturgespräch eine Anregung mit Folgen gegeben. Könnte man, so fragte er, in Merseburg eine Bürgerinitiative für einen Kinoförderkreis gründen? Man konnte. Gerhard Bernhardt und die Stadträtin Halina Anton wurden aktiv. Am 14. August 2002 gründeten Kino, begeisterte den Förderkreis Kino Völkerfreundschaft in den Klubräumen des ehemaligen Kulturvereins Ölgrube e.V. Die Stadtverordneten schulterten am 25. September 2003 auch das schwere Gewicht des Kino-Umbaus. Noch heute ist aktiv der Förderkreis unter der Leitung von Halina Anton. Den Probelauf, den die Mitteldeutsche Zeitung 2002 erwähnt hatte, organisierte das zweite Merseburg-Kulturgespräch. Hier habe ich noch ein Bild von Frau Labo erhalten, als sie das ganze Kino mit Leben erfüllten. Angeleitet von Bettina Brandy, Professorin für Medien- und Theaterpädagogik. Es ist mit Betroffenheit, dass ich von Bettina Brandy spreche. Wir haben sie gestern beerdigt. Nur mit ausdrücklicher Zustimmung ihres Lebensgefährten, Johnny Bischof, führe ich diese Veranstaltung durch. Ich darf Sie trotzdem um einen Moment des Gedenkens bitten. Dankeschön. Die unvergessene Bettina Brandy und Hardy Geyer gingen nach dem zweiten Kulturgespräch mit ihren Studienschwerpunkten ins damals leerstehende Kino, zeigten Ausstellungen, organisierten ein Musikprogramm. Ein Abend am 25. Januar 2003 erstrahlte das Kino Völkerfreundschaft mit Hilfe der Stadtverwaltung und des neu gegründeten Kino Förderkreises in altem und neuem Glanz. Nicht alle, alle Anwohner waren verblüfft, aber hat mir der Herr George weitergeleitet, die Anwohner dort sammelten Unterschriften gegen die Lärmbelästigung durch das Kino. Auch das war Realität. Lange überlegte ich, welches Format dieses Kino profilieren könnte. Beim Schwimmen im Lago Maggiore, damals konnte man nur noch in den Geiseltalsee, kam mir die Idee, ein DEFA-Filmfestival zu veranstalten. Zuerst hatte ich die Idee in den Kino Förderkreis eingebracht, der die begeistert aufnahm und mit großer Wucht weiter weiter treibt. Dann zwei Studentinnen dazu überredet, aus der Idee ein richtiges Konzept zu machen und gemeinsam mit dem Kino Förderkreis umzusetzen. Auf diesem Kulturgespräch haben wir es vorgestellt und 2008 dann ein Buch, die Traumpabrik von gestern vorgestellt. In der Tat haben die DEFA-Filmtage ein ganz wichtiges Konzept, weil sie intergenerationell, um etwas zu überhöhen, das Kino wirklich voll machen. Da sind ältere Leute wie ich, die DEFA-Stars kennen, die wie ich langsames Kino mögen, also langsames Kino. Und auch die jungen Merseburger und die Kinder- und Jugendfilme füllen immer über einige Tage hinweg das Kino. Für das vierte Kulturgespräch hatten wir einen großen Vorsatz. Merseburg sollte wieder einen Kunstverein erhalten. Selbstständige Kunstvereine, Herr Fischer weiß das, wurden in der DDR abgewickelt und in den Kulturbund integriert. Christian Siegel und ich boten über zwei Semester einen Schwerpunkt an, der sich mit Museumspädagogik, Kunstvereinen und ihrer Geschichte sowie mit der aktuellen Arbeit von Kunstvereinen in der Gegend beschäftigten. Wir fanden heraus, dass Ende des 19. Jahrhunderts ein sehr starker Kunstverein in Merseburg existierte, der sich hauptsächlich aus Beamten der damaligen Landesverwaltung für die Provinz Sachsen speiste. Also dafür war das Ständehaus und das heutige Landratsamt wurde belebt. Unsere Studentinnen und Studenten hatten unter dem Titel Mehrkunst die erste Jahresausstellung im Schlossgartensalon für den Kunstverein bereitet. Am Nachmittag fand die Gründung statt. Das Merseburger Kulturgespräch hatte den Kunstverein geboren, der heute zu den aktiven Kulturvereinen in der Stadt gehört. Geschichte wird gemacht, das ist der dritte Punkt. Aus dem zehnten Kulturgespräch, das letzte, das ich betreute, über Kultur, Medien und Geschichte wuchs der Bürgercampus heraus. Ein gemeinsames Festival von Hochschulen, Stadtinitiativen und Vereinen ist inzwischen mehrere Jahre erfolgreich gelaufen. Im Moment macht der Bürgercampus eine Pause, aber wir sollten die Idee, denke ich, nicht aufgeben. Eine studentische Initiative hat auch den Verein für Demokratiegeschichte in Sachsen-Anhalt herausgebracht. Ich begrüße da die zweite Vorsitzende, Dr. Ines Nietzsche. Das einzige Mal, dass ich in dem akademischen Vortrag einen akademischen Titel verwende, das macht man nämlich nicht. Aber Dr. Ines Nietzsche, und ich gratuliere Ihnen nochmal, hat vor kurzer Zeit in Kassel promoviert und ist jetzt promovierte Wirtschaftswissenschaftler. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, und daneben haben wir wieder mit Unterstützung von Michael George Tage der Geschichte aufgeführt. Auch hier steht sich meiner Nachfolge eine schöne Aufgabe. Zu meinem Glück und Vergnügen fand ich gestern und vorgestern bereits die Probevorlesungen statt. Apropos aufgeben, ich habe das Merseburger Kulturgespräch nicht aufgegeben, sondern zu einem Zeitpunkt weitergegeben, als es nach allgemeiner Einschätzung gut lief. Neue Formate werden ausprobiert und das ist auch richtig so. Ein weiteres Beispiel ist der Kulturkompass. Die Einführung in Kultur- und Medienpädagogik für unsere Anfängerinnen und Anfänger. Ich habe den Kulturkompass, ich glaube von Herrn Kaiser, ist das die Folie? Ist das Ihre Folie? Ja, Herr Kaiser, den ich eigentlich jetzt nicht erwähnen wollte. Er war, ich wollte ihn wirklich erwähnen, weil er war der einzige studentische Mitarbeiter, der mein Büro in Ordnung halten konnte. Genau, das ist, ja. Also ich habe den Kulturkompass gemeinsam mit dem damaligen Stadtpfarrer Kurt Staus und der evangelischen Erwachsenenbildung in der Stadtkirche organisiert. Und ich bin als katholisch geprägter Mensch überdrüssig des Weihrauchs und der Rosengrenze, aber immer noch fasziniert vom republikanischen Charakter der evangelischen Stadtkirche als Versammlungsraum. Ich führte den Kulturkompass fast zehn Jahre durch, war es in den ersten drei Veranstaltungen so, dass einige Studierende noch mehr Schwierigkeiten als ich mit dem Computer hatten. So wurden die Studierenden immer besser. Alle konnten mit Photoshop, jetzt wahrscheinlich InDesign, ein Plakat über die untersuchte Kultureinrichtung, die Musikschule, das Museum und so weiter gestalten. Am Schluss konnten einige sogar bereits einen Film drehen. So gab ich den Kulturkompass wirklich bewusst ab an Leute, die wirklich besser als ich Filme drehen können über kulturelle Themen. Ich gab ihn an Diana Elsner ab, die mit ihrem Team und Kai Köhler-Tatz mit ihrem Team, die mich hier auch hier sehr gut betreuen. Ich verabschiede mich von der Hochschule mit einem guten Gefühl, mit einem sehr guten Gefühl. Allen Kolleginnen und Kollegen bin ich dankbar für die große Unterstützung, die ich von ihnen erhielt und dass sie mich als Schnecke ausgehalten haben. Nicht aber verabschiede ich mich von ihnen und euch. Ich möchte noch möglichst lange die schöne Jahreshälfte in Merseburg und am Geiseltalsee verbringen. Ich glaube, um es mit Günter Grass zu sagen, unsere Generation hat vielleicht ein Schneckenmaß mehr Gerechtigkeit durchgesetzt. Immerhin, wir haben durchgesetzt, dass die Gesellschaft wesentlich offener ist als in den 60er Jahren, an die ich mich noch erinnere. Eine offene und solidarische Gesellschaft, das bleibt und ich denke, wir sind auf dem Weg dazu. Lassen wir uns vom Erfolg der AfD nicht irritieren. Es ist natürlich, gerade für Historiker, ein ganz großes Ärgernis, wenn die von Deutschen entfachte europäische Jahrhundertkatastrophe als Vogelschiss in der angeblich tausendjährigen deutschen Geschichte abgetan wird. Unsagbar peinlich. Nicht nur die jährlichen Extrusionen, die wir nach Auschwitz mit Studierenden durchführen, zeigen, jedes Prozent für die AfD ist ein Prozent zu viel. Aber mit ca. 15 Prozent Wählerstimmen stehen wir in Deutschland vergleichsweise gut da. Im Vergleich zu Frankreich, Italien oder Polen und Ungarn von den USA, Brasilien und Russland ganz zu schweigen. Wir haben unsere Gesellschaft geöffnet. Davon hat bereits Matthias Becker vom Landesdenkmalamt, Professor an der MLU, bereits vor zehn Jahren von der 7000-jährigen Geschichte der Migration in Merseburg gesprochen. Ich begrüße ihn auch recht herzlich und wir sind nicht mehr hinter dem Wald und das ist auch gut so. Und deswegen kommen wir voran. Im letzten Jahr führten wir zum Beispiel ein Familienfest mit dem Interkulturellen Zentrum Merseburg durch, mit dem Hinweis, mit der Zielrichtung, mit der Problemstellung, dass wir die seit zehn Jahren durchgeführte unsägliche jährliche rechtsradikale Kundgebung zum 17. Juni damit stoppen und beenden wollten. Also unsäglich, weil die Nazis 1953 gearbeitet haben und die Unabhängigen, die Christen, die Sozialdemokraten, auch die Kommunisten haben den Aufstand gemacht. Also völlig unsäglich. Es glaubte nur Ulbricht, da wurde es besser wissen und die Neonazis dran, dass die Nazis so aktiv waren. Aber dieses Jahr konnte ich zum ersten Mal den Juni-Sonntag auf meinem Turm am Geiseltalsee genießen. Also die haben aufgehört mit ihren Demonstrationen und es brachte für mich auch einen persönlichen Vorteil und ich denke auch einen politischen Vorteil. Zu meiner Freude arbeiten viele der neuen Kolleginnen an den verschiedenen Tatsche-Turns weiter. So hat Christian Paulik ein Buch über die anormale Identität im Werk von Michel Foucault. Hier ist ein Bild von ihm und so den Linguistic-Turn, die genaue Analyse des Gesprochenen und Nichtgesprochenen weiter verfolgt. Aber ich denke auch so haben die Culture-Turns eine Zukunft und Johannes-Herwig-Lehm, Justus, Ehrenfried und alle Kollegen werden weiter die Arbeit daran fortsetzen. Ich bin mir im Zweifel, ob der Iconic-Turn, also um den letzten Fachbegriff zu wenden, mehr als das direkte, gesprochene und geschriebene Wort aussagen kann, mehr als gemeinsame Diskussionen, Gespräche und warum nicht gemeinsame Feiern, wie diese ausdrücken kann. Ich werde Ihnen heute Mittag, also wenn Sie da bleiben, wir haben ein schönes Programm für den Aperitif. Ulrich von Wrochem, ein genialer Pratschist. Sharon-Andreo Marcello, ein begabter Gitarrist, werden Ihnen die Zeit über Brücken helfen, bis dann ein Chesspianist kommt, der nach meinem Geschmack Musik macht. Aber auch, ich wollte da nicht auch die Musik von Reger und von Bach, finde ich, genauso erheben. Und Stravinsky, finde ich, genauso erheben. Anfangen tun wir mit einer Linsensuppe und Musik und vielleicht ein Aperitif, also ein Kier, ein französischer Kier, der ganz einfach ist, also ein Johannisbeer-Likör mit einem trockenen Weißwein. Denn Johannisbeer-Likör, der heißt in Frankreich Cassis. Und der trockene Weißwein habe ich hier aus Freiburg. Ich denke, Freiburg ist sicher das Weingebiet, was meines Erachtens den besten Weißwein produziert. Also um 15 Uhr geht es aber mit einem kleineren Buffet, zu dem es natürlich auch Rotwein gibt und Bier und Mineralwasser weiter. Und mit arabischer Küche machen Sie einfach den Test. Jetzt ganz zum Abschluss hören wir noch einmal Günter Grass aus dem Tagebuch einer Schnecke. Alles soll es für alle zum Essen geben, was ich selbst gern koche und esse. Hammelkeule und Linsen, Kalbsnieren und Sellerie, Allgrün, Kutteln, Kalbsnieren, Fasan mit Weingraut, Saubohnen und Spanferkel, Fisch, Lauch und Pilzsuppen, Am Aschermittwoch Lungenhaschee zu Pfingsten ein mit Backpflaumen gefülltes Rinderherz. Denn so viel lässt sich sagen, ich lebe gern. Froh wäre ich, wenn alle, die lehren wollen, also meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich, richtig zu leben, auch gerne lebten. Ich stehe mir mit Gras sehr überein, auch wenn für mich die Speisenfolge etwas fleischloser sein könnte. Wir haben aber unser Fleischerbuch gemacht und der Bearbeiter des Fleischerbuchs war ein überzeugter Vegetarier und trotzdem hat er ein schönes Fleischerbuch geschrieben, Timo Groß, der seine schöne Diplomarbeit über die Oran in Oranienburg, nördlich von Berlin, 1893 gegründete erste vegetarische Obstbausiedlung Eden vorgelegt hat. Und das mit Backpflaumen gefüllte Rinderherz würde ich, wenn meine Lebensgefährtin das zulässt, sehr gern kochen und probieren. Es enthält ganz bestimmt viel Kollagen. Hundertprozentig teile ich aber die Aufforderung von Günter Grass, mit der ich diese Lunch Lecture endgültig abschließen möchte. Die Verbesserung der Welt sollte nicht den magenkranken Bitterlingen überlassen bleiben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.